Sie sind das Wichtigste für uns und jeder will doch nur ihr Bestes. Trotzdem ist rund jedes sechste Kind in Deutschland und Frankreich zu dick. Falsche Ernährung und zu wenig Bewegung sind meist die Ursache mit schlimmen Folgen. In Finnland gibt es eine Stadt, die den Kampf gegen das Übergewicht aufgenommen hat. Mit radikalen Maßnahmen. Wir haben in Schulen und Kitas auch zu Geburtstagen Süßigkeiten und Zuckergetränke verboten. Das wird eingehalten. Auch die Lehrer dürfen keine Süßigkeiten mitbringen. Wir müssen Vorbilder für die Kinder sein. Der Erfolg des finnischen Projekts hat in Europa für Furore gesorgt. Viele Orte eifern dem Vorbild bereits nach und stoßen dabei auch auf Probleme. Zu Eltern zu gehen und zu sagen, ihr habt beim Essen keinerlei Mitsprache. Wir als Staat geben vor, was dein Kind zu essen kriegt. Die Diskussion kann man führen, aber man kann sie nicht gewinnen. Bleibt das finnische Vorbild also die Ausnahme in Europa? Oder ist es doch möglich, die Gesundheit der Kinder erfolgreich zu fördern? Vielleicht mit anderen, ungewöhnlichen Lösungen? Joho, 9 mal 2. 18. Gut. Atte, 9 mal 7? Keine Ahnung. Lauf los, schnell. Mathestunde in der Pruki-Schule im finnischen Senayoke. Ab und zu wird das 1 mal 1 etwas aufgefrischt. Elias, 7 mal 7. 49. Lauf, lauf! Für Elias und Juho heißt Mathe nicht nur rechnen, sondern auch laufen. Auf den Treppenstufen stehen die Lösungen. Hinsprinten, dazulernen und gleich noch etwas fitter werden. Bewegung beruhigt uns doch schon mal. Sie bringt ein Gefühl des Wohlbefindens. Aber sie unterstützt auch das Lernen. Und manchmal ... Hallo, seid still. Manchmal kann man auch während des Sprachunterrichts, beim Finnisch zum Beispiel, Vokabeln, die man im Kopf behalten soll, mit Bewegung verbinden. Das merkt man sich dann besser. In Senayoke gehören Lernen und Bewegung grundsätzlich zusammen. Okay, Elias, welches sind die drei wichtigsten körperlichen Veränderungen bei Jungs in der Pubertät? Muskeln wachsen, am Körper wachsen Haare. Das dritte weiß ich nicht mehr. Johannes, der Penis wächst, oder? Ja. Johannes, gut so. Die bewegte Schule ist in Senayoke keine Ausnahme, sie ist Normalität. Wie so ausgerechnet in dieser 60.000-Einwohner-Stadt, rund 400 Kilometer nördlich von Helsinki. Weil es hier im Gesundheitsamt der Stadt engagierte Menschen gibt. Seit fünf Jahren führt Olaf Rantimalinen den Kampf gegen Übergewicht bei Kindern. Hier fallen Entscheidungen, die den Alltag aller Kinder im Ort vollkommen verändert haben. In Finnland leben mehr Dicke als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und Senayoke belegt einen Spitzenplatz, gerade bei den Kindern. Ein trauriger Rekord, der die Stadtverwaltung aufschreckte. Eine neue, radikale Gesundheitspolitik zeigt Riesenerfolge. Besonders bei den Kleinsten. In den letzten zwei Jahren haben wir laut Weltgesundheitsorganisation das Übergewicht bei den unter Fünfjährigen halbiert. Demnächst kommen neue Zahlen. Und die werden wohl noch besser sein. Denn Olaf Rantimalinen hat die ganze Stadt überzeugt mitzuziehen. Jede Schule serviert täglich das Essen, das vom Gesundheitsamt vorgegeben wird. Eltern dürfen Empfehlungen geben, mehr nicht. Alle Kinder bekommen das Gleiche. Schuldirektor Kimo Rantanen setzt konsequent um, was gemeinsam entschieden wurde. Das ist Gesetz hier, dass die Kinder in den Schulen täglich kostenlos eine Mahlzeit bekommen. Und wir müssen das organisieren. Nach den Bestimmungen für Schulessen müssen wir die Mahlzeit auch immer zur selben Zeit anbieten. Nicht alle Kinder in Senayoki sind schlank. Aber für alle ist es einfacher, schlank zu werden. Süßigkeiten, Zuckergetränke oder einseitige Ernährung gibt es nicht mehr. Zumindest nicht während der Schulzeit. Es muss Fleisch, es muss Fisch, es muss Gemüse geben und auch vegetarische Gerichte. Die Mahlzeiten sind wirklich sehr vielseitig und gut durchdacht und sechs Wochen im Voraus geplant. Es gibt einmal in der Woche Fisch und täglich ein vegetarisches Essen. Das müssen wir so machen. Das sind die Vorgaben. Das Essen ist kostenlos. Die Gemeinde zahlt und bestimmt. Wir haben in Schulen und Kitas auch zu Geburtstagen Süßigkeiten und Zuckergetränke verboten. Das wird eingehalten. Auch die Lehrer dürfen keine Süßigkeiten mitbringen. Wir müssen Vorbilder für die Kinder sein. Leider klappt das hier bei uns in der Kantine noch nicht so richtig. Für die Gesundheit der Kinder ziehen in Senayoki alle an einem Strang. Ärzte und Krankenschwestern, Lehrer und Eltern, Ehrenamtliche, Wissenschaftler und viele andere unterstützen das Gesundheitsamt. Wie läuft es in Deutschland beim Negativ-Rekordhalter? In Mecklenburg-Vorpommern leben laut Statistik die meisten übergewichtigen Kinder. Bundesweit. Oft in den ärmeren Vierteln. Billige Ernährung gehört zu den Hauptursachen. Im Rostocker Ortsteil Dirko haben Ehrenamtliche die Initiative ergriffen. So wie bei Bettlimp-Schelling in der Grundschule Ostseekinder. Jeden Morgen sorgen sie und die anderen für selbst geschmierte Brote, frisches Obst und gesundes Gemüse. Private Spender bezahlen die Lebensmittel. Denn in dieser Gegend bekommen viele Kinder von zu Hause gar kein Frühstück oder nur Süßes mit. Ich glaube, dass es generell in jeder Gegend wichtig ist, dass es gesundes Frühstück gibt. Es gibt also ganz viel Obst und ganz viel Gemüse für die Kinder. Aber die Woche über ist es uns wirklich wichtig, dass es kein Weizenbrot gibt, sondern wirklich auch gesundes Frühstück. Das ist unser Anspruch. Jede Klasse bekommt täglich einen Teller Obst und ein paar belegte Brote. Das ist nicht viel, aber die Chance für jedes Kind morgens etwas Gesundes zu essen zu bekommen. Viele kennen zu Hause kein ausgewogenes Essen. Auch deshalb ist in Deutschland etwa jedes sechste Kind zu dick. Das kann zu krankhaftem Übergewicht mit Folgen wie Diabetes oder Herzinfarkt führen. Ein Schaden von jährlich bis zu 63 Milliarden Euro durch Krankheitskosten und Arbeitsausfälle rechnen Experten vor. Im finnischen Senajoki bestimmt das Gesundheitsamt, was die Kinder in der Schule essen. In Deutschland entscheiden das die Eltern. Dementsprechend unterschiedlich sind die Brotdosen gefüllt. Obst gibt es hier fast nur auf den Frühstückstellern der freiwilligen Helferinnen. Mein Papa gibt mir nicht die Sachen, zum Beispiel Äpfel und so, das gibt mir Papa nicht mit. Falls man mal Essen vergessen hat, kann man sich was vom Teller nehmen. Für viele ist der Teller eine leckere Abwechslung. Andere bleiben lieber bei ihrem eigenen Essen. Weil ich immer Süßes mitbekomme. Die Stadt Rostock hat nicht genug Geld, um kostenloses Schulessen auszugeben. Jetzt gibt es aber den Versuch, gesundes Essen möglichst günstig anzubieten. Die Stadt hat vor kurzem einer Großküche den Auftrag erteilt, mittags alle Schulkantinen zu beliefern. Mit der Auflage, regionale Produkte zu verwenden und einen ausgewogenen Speiseplan zu entwerfen. Und das Essen wird nicht mehr einfach aufgewärmt, sondern in der Schule fertig gekocht. Das soll gesünder und schmackhafter sein. Hinter der Idee steht Gesundheitssenator Steffen Bockhahn. Er hat das Projekt an allen Schulen in Rostock durchgesetzt. Jedes Mittagessen kostet 3,87 Euro. Wir möchten eine Qualität zum gleichen Preis in allen Rostocker Schulen. Weil Essen ist was sehr Subjektives. Aber wenn man da anfängt, Unterschiede zu machen und auch wieder nach sozialer Herkunft zu unterscheiden, ist das Schlimmste, was man machen kann. Und deswegen war die konsequente Entscheidung zu sagen, ein Anbieter für die ganze Stadt. Doch es gibt einen Haken. Viele Schüler wollen dieses offizielle Schulessen gar nicht. An manchen Schulen liegen die Bestellungen unter 20 Prozent. Hier gehen die Schüler lieber zu privat geführten Cafeterien, die nur Snacks anbieten dürfen. Süßigkeiten und Fastfood sind die Verkaufsschlager. Solange sich das nicht ändert, muss der Versuch der Stadt Rostock scheitern. Dabei wissen die Schüler eigentlich, was besser für sie wäre. Wenn wir dazu, ich sag mal, gezwungen werden, etwas Gesünderes zu essen, würde ich das auch eher essen. Weil wenn ich hier die Möglichkeit habe, dann hat man manchmal auch gar nicht diesen, ich sag mal, Kampfgeist oder diesen inneren Schweinehund dazu, man hat was Ordentliches zu essen und halt, man nimmt halt lieber das Leckere. Deswegen würde ich es besser finden, wenn wir sozusagen gezwungen werden dazu. Wenn selbst die Schüler für das Prinzip sind, gegessen wird, was auf den Tisch kommt, wäre dann die finnische Variante, das Gesundheitsamt entscheidet einfach, nicht auch bei uns durchsetzbar? Ich glaube, das würde grandios scheitern. Also das wäre ein so radikaler Bruch. Ich könnte mir das gut vorstellen, um da nicht falsch verstanden zu werden. Aber die Vorstellung, zu Schulen zu gehen und vor allen Dingen zu Eltern zu gehen und zu sagen, ihr habt beim Essen keinerlei Mitsprache, wir als Staat geben vor, was dein Kind zu essen kriegt. Die Diskussion kann man führen, aber man kann sie nicht gewinnen. Das glaube ich nicht. Wie könnte eine deutsche Behörde Familien beraten und sie zum Mitmachen bewegen, zum Wohle der Kinder? Was müsste passieren, um die gleichen Erfolge zu haben wie die Finnen? In Stuttgart versucht ein Mann jetzt ein ähnliches Projekt aufzubauen wie in Senayoki. Kinderarzt Stefan Ehehalt kennt die Folgen von schlechter Ernährung und zu wenig Bewegung und will sie bekämpfen. So wie bei Emily, die vor einem Jahr noch extrem übergewichtig war. Sie hatte so schnell zugenommen, dass ihre Mutter gar nicht mehr eingreifen konnte. Ja klar, habe ich auch was falsch gemacht. Also ich habe am Anfang glaube ich sehr viel auch was, Wurstprodukte selber, weil die es einfach gerne gegessen haben, habe ich auch viel gehabt. Die gibt es bei mir so jetzt gar nicht mehr einfach. Emily darf nicht zu viel abnehmen, sonst fehlen ihrem Körper wichtige Nährstoffe. Wachsen und dabei das Gewicht halten, das ist schwierig und dauert. Das sieht man hier anhand dieser Größen- und Gewichtskurve. Man sieht, dass das Gewicht hier sich stabilisiert hat bei zunehmendem Wachstum. Und dadurch, dass sie größer geworden ist und das Gewicht gleich geblieben, hat sich der BMI deutlich reduziert. Und entsprechend hat sie von anfänglich noch 18 Kilogramm Übergewicht, mittlerweile nur noch 11,3 Kilogramm Übergewicht. Und das ist genau der Verlauf, den wir uns wünschen. Also sehr erfreulich. Schritt für Schritt hilft der Kinderarzt, dem Mädchen auf Normalgewicht zu kommen. Oftmals sind es simple Alltagsübungen, die dabei helfen. Einkaufen zum Beispiel. Die Aufgabe würde es sein, dass sie sich Lebensmittel suchen, die schmecken, Frühstück, Mittag, Abend essen, alles in den Wagen legen. Danach besprechen wir es. Ich warte hier. Alles klar. Viel Spaß. Wie lernen Eltern, das richtige Essen auszusuchen? Und wie lernen Kinder, weniger Zucker- und fetthaltige Produkte zu kaufen? Stefan Ehehalt setzt seine Patienten nicht unter Druck. In einer Welt voller Verlockungen gibt er einfache Tipps. Auf Verbote verzichtet er. So fällt es Sabine Amor inzwischen leichter, die schlimmsten Fehler zu vermeiden. Ja, ich gehe immer an den Ständen vorbei. Ich schaue das nicht an. Ich habe nichts zu Hause von Schokolade, weil wenn ich sie zu Hause habe, wird sie gegessen. Oder ich schmeiße sie in den Mülleimer. Fast alle Eltern kennen das Problem. Was sollen sie einkaufen, das gleichzeitig gesund ist und ihrem Kind schmeckt? Und was genau ist überhaupt gesund? Obwohl Sabine Amor sehr aufmerksam einkauft, greift sie immer wieder zu problematischen Produkten. Stefan Ehehalt hat eine Liste dabei. Lebensmittel nach Farben sortiert. Eine Ampel, die bei Toastbrot auf Stopp steht. Der reine Toast wäre rot, Vollkorn wäre man eher bei gelb. Aber auch da hat man die Tendenz zu rot, weil im Grunde das Toastbrot ist ja relativ wenig sättigend. Da kann man auch viel mehr essen, wenn es jetzt eine reine Vollkornbrotscheibe wäre. Jeder weiß, bei Rot muss ich stehen, bei Grün darf ich gehen und bei Gelb muss ich aufpassen. Also irgendwie bei Salat ist es einfach oder halt Gemüse und Obst ist es einfach. Und dann halt bei Sachen, die man halt aufs Brot tut oder so, ist es halt eher ein bisschen schwieriger. Vorbeugen, damit Kinder gar nicht erst dick werden. Stefan Ehehalt eifert dem finnischen Vorbild nach, das mittlerweile weltweit bekannt ist. Ja, Serniöki wäre schon übertragbar, aber da braucht man halt Entscheidungen auf der politischen Ebene, gesamtgesellschaftlich muss es als Problem anerkannt werden. Und am Ende braucht man einen starken Gesundheitsdienst und eine auskömmliche Finanzierung. Und dann gibt es auch Serniöki in Stuttgart oder in Bad Württemberg oder in Deutschland. Angestellt ist Stefan Ehehalt beim Gesundheitsamt. Auch in Stuttgart soll das Ziel sein, besseres Essen, mehr Bewegung. Deshalb geht er auf Werbetour zu Schulen und Kindergärten, spricht mit Erzieherinnen und begeistert Eltern für seine Ideen. Hallo. Hey, hallo. Die ersten Programme laufen bereits. Sportlehrer haben spezielle Turnübungen entwickelt, die jede Kita einsetzen kann. Im Kreis ganz schnell. Stell dir schon Kreis auf. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Aus einfachen Turnübungen hat sich in Stuttgart eine richtige Bewegungseuphorie entwickelt. Fast alle Kindertagesstätten beteiligen sich an Aktionen wie den Olympischen Kita-Spielen. 780 Kinder haben in diesem Jahr um die heiß ersehnten Preise gekämpft. In der Tat ist es so, dass Kinder im Kindergartenalter tatsächlich seltener übergewichtig und stark übergewichtig, also adipös sind, als im Schulalter. Und es liegt unter anderem daran, dass die wirklich im Kindergarten deutlich mehr Bewegung haben. Die ersten Erfolge machen offenbar Eindruck. Der Stuttgarter Gemeinderat hat Stefan Ehrhalt jetzt zusätzliche Mitarbeiter bewilligt. In den finnischen Wäldern lockt die Gemeinde Senajoki ihre Jüngsten in die Natur. Dabei helfen viele mit. Die Rentner des Ortes haben in Eigeninitiative Wege und Hütten angelegt, damit die Kinder sich austoben können. Und die Erzieherinnen sind extra in Naturkunde geschult. Weil die Eltern heute nur ganz selten die Zeit haben, mit den Kindern draußen zu spielen, was sie eigentlich sollten und was gut wäre, ist es unsere Pflicht, in die Natur zu gehen. Hier ist doch die beste Umgebung für die Kinder. Sie müssen sich bewegen. Und es gibt viele Bakterien, die uns allen gut tun. Von klein auf lernen die Kinder, dass es auch andere süße Sachen gibt als Schokolade. Alles Essbare aus der Natur gehört für sie zum Alltag. Früchte zu suchen und zu pflücken, macht zudem mehr Spaß, als Bonbons aus der Tüte auszupacken. Ganz nebenbei wird so der Geschmack geschult. Nein, ich habe keine Angst. Ich weiß, dass hier Rauschbären, Preiselbären, Krähenbären und Blaubeeren wachsen. Die darf man alle essen und die Kinder haben gelernt, sie alle zu erkennen. Ein Viertel ihrer Zeit verbringen die Kinder im Wald. Am Lagerfeuer können sie mittags ihr Essen selbst zubereiten. Zum Nachtisch gibt es kleine, süße Drops. Jedes Kind soll nach den Mahlzeiten eine sogenannte Xylitol-Tablette lutschen. Süßigkeiten von den Kindergärtnerinnen? Lassen die Finnen dann doch auch mal fünfe gerade sein? Auch hier steckt das Gesundheitsamt dahinter. Die Bonbons sind Teil des Gesamtkonzepts gegen Übergewicht bei Kindern. Allen voran setzt sich Marco Korhonen, der Chef aller Zahnärzte im Ort für Xylitol ein. In Finnland ein anerkannter Süßstoff mit viel weniger Kalorien und Gesundheitsrisiken als Zucker. Pastillen, Kaugummis, Lutschbonbons oder Zahnpasta. Xylitol ist hier ein Alltagsprodukt. Wir geben unseren Kindern Xylitol statt Schokolade und Zucker. Das ist auch süß. Es wird aus Birkenzucker hergestellt. Wir glauben, dass man so die Zuckersucht befriedigen kann. Schließlich ist es nicht verboten, etwas Süßes essen zu wollen. Anders als viele Experten in anderen Ländern halten es finnische Zahnärzte für völlig in Ordnung. Das Kinder Süßes essen. Wenn es ohne schädlichen Zucker hergestellt wird. Zumal Xylitol auch noch Karies vorbeugt. Xylitol ist international geprüft worden. Es kommt von hier und wir sind die Pioniere auf diesem Gebiet. Es ließe sich weltweit verkaufen. Aber das ist ja alles Marketing. Wir wissen jedenfalls, wie gut es für die Zähne ist. Warum aber essen Kinder am liebsten Süßes? In Bayern wird das Schmecken unterrichtet. Grundschulen können beim Kompetenzzentrum für Ernährung einen sogenannten Geschmacksparcours ausleihen. Jedes Kind soll im Unterricht einige verblüffende Versuche mitmachen. Denn als Kind schmeckt man vor allem Süßes. Alle anderen Geschmacksrichtungen muss man regelrecht erlernen. Als Feinschmecker wird man eigentlich nicht geboren, sondern man erlernt vieles und trainiert auch diese Fähigkeiten, differenziert hinzuschmecken, hinzuriechen, hinzuhören. Angela Dietz und ihre Kolleginnen wollen die Kinder dafür begeistern, Lebensmittel mit allen Sinnen zu kosten. Deshalb haben sie sich ein paar Experimente ausgedacht. So färben sie einen gelben Apfelsaft rot und grün ein, ohne seinen Geschmack zu verändern. Schön genau hinschmecken. Apfelsaft. Das Gelbe ist so wie Apfel. Das Grüne war so wie die Traube. Und das Rote war so wie Tomaten. Soll es auflösen, das Rätsel? Ja. Das ist alles der gleiche Saft. Wow! Da habe ich irgendwie einen Schock gekriegt, dass alle Sorten, die wir jetzt gerade probiert haben, vom Apfel waren. Weil ich dachte, es werden auch ein paar andere. Die Kinder einer Schule in Fürstenfeldbruck lernen, wie Sehen den Geschmack beeinflusst. Rot ist deshalb so beliebt, weil es für die meisten süß bedeutet. Wie wichtig Riechen beim Essen ist, erleben die Kinder bei einem anderen Versuch. Auf der Zunge sitzen Geschmacksknospen, die Lebensmittel in süß oder salzig, sauer, bitter oder Umami einteilen, so heißt der Geschmack von Fleisch. Doch ohne Nase schmeckt fast alles gleich. Süß. Wie schmeckt das? Süß, okay. Und jetzt macht ihr mal eure Nase auf. Es gab Süßes, es gab Saures, es gab Bitteres und Salzig. Jedes Experiment bedeutet für die Kinder eine neue Erfahrung. Sie lernen, mehr Aromen wahrzunehmen. Wirklich nicht aufgeben, so beim ersten Versuch, wo ich immer wieder einfach das anbieten, die Kinder nicht das so zwingen, aber trotzdem die anderen Geschmacksrichtungen anbieten. Genau, es braucht bis zu 15, 10 bis 15 Kontakte, Erstkontakte, bis die Kinder den Geschmack wiedererkennen, als bekannten Geschmack. Die meisten Kinder erleben an diesem Tag zum ersten Mal, wie viele Aromen Essen wirklich hat. Und wie wichtig alle Sinne dabei sind. Sogar das Hören. Wenn man beim Kuchen anfängt zu backen, dann muss man ja immer mit diesen Löffeln so rummachen, das macht auch meine Mutter. Und dann macht man das immer so. Birne? Birne? Birne. 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 Aber es ist auch etwas schwierig. Es ist wichtig und da gibt es Forschungen in der Lebensmittelindustrie, die geben da viel Geld dafür aus, damit bestimmte Lebensmittel knusprig schmecken. Knuspriges Brötchen zum Beispiel ist schon wichtig. Es schmeckt uns dann einfach besser. Oder ein knackiger Apfel. Also es spielt eine Rolle. Am Ende haben die Kinder eines gelernt. Nicht nur Süßes und Sahniges schmeckt gut. Es lohnt sich, Neues zu probieren. Auch etwas Gesundes. Das 3700-Einwohner-Städtchen Michelfeld in Baden-Württemberg. Mitten im Ort steht eine beeindruckende Turnhalle. Bürgermeister Wolfgang Binnig hat sie direkt neben die Schule bauen lassen. Er und seine Gemeinde eifern dem finnischen Vorbild Senajoki nach, um Übergewicht bei Kindern vorzubeugen. Mit viel Geld fördert die Kommune den Schulsport. Alle Grundschüler machen regelmäßig einen Bewegungstest. Werden die Kinder bei bestimmten Bewegungsabläufen schlechter, wird das im Sportunterricht sofort korrigiert. So haben die Lehrer die körperliche Entwicklung der Schüler stets im Blick. Wenn wir das jetzt landesweit vergleichen mit anderen Kommunen, die auch diesen Kinderturn-Test machen, dann sehen wir Entwicklungen, dass wir besser als immer so werten, dass die Kinder wieder beweglicher geworden sind, kräftiger, schneller. Das sehen wir schon dann Entwicklungen. Das kleine Michelfeld hat eine Sporthalle, die es in vergleichbaren Orten so fast nirgendwo gibt. Modernste Geräte stehen den Kindern zur Verfügung. Bewegung soll Spaß machen, auch auf dem Schulhof. Dieser Bewegungsparcours ist nicht dieses klassische Spielgerät, wo Schaukel neben Schaukelrutsche steht, so eine Bewegungslandschaft. Die Kinder bespielen das und das Konfliktpotenzial ist wahnsinnig minimiert. Man schreitet sich nicht um ein Spielgerät, sondern jeder nutzt das, was gerade frei ist, balanciert hier. Und es macht richtig Spaß hier. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren mehr als 5 Millionen Euro für ihre Kinder ausgegeben. Die Sporthalle, der Schulhof, Sportplätze. Und für jährlich 2000 Euro frische Äpfel in jedem Klassenraum. Michelfeld zieht damit viele Familien an. Die Geburtenrate stieg um 76 Prozent. Die Steuereinnahmen gingen um 61 Prozent nach oben. Nirgendwo sonst in vergleichbaren Orten der Region gibt es so viele Kinder unter sechs Jahren. Michelfeld erobert eine Spitzenposition nach der anderen. Inzwischen hat Bürgermeister Binich sogar einen Zuzugsstopp verhängt. Bei dem Andrang wären die hohen Ansprüche sonst nicht zu halten gewesen. Nina Wengerzmann hatte Glück. Sie ist mit ihrer Familie gerade noch in Michelfeld untergekommen und dankbar für das Engagement der Kommune. Hier gibt es bestimmt auch das ein oder andere dickere Kind. Aber es wird halt einfach darauf geachtet. Ich denke, der Tenor ist einfach, sich gesund zu ernähren. Und da drauf achtet die Gemeinde, dass man die Leute so ein bisschen dahin geht, wenn sie erzieht. Und da gibt es dann auch immer wieder Aktionen dazu. Für große Investitionen wie die Turnhalle hat die Gemeinde Aktienpakete verkauft. Der Rest wird aus Steuereinnahmen bezahlt. Michelfeld setzt Prioritäten, investiert Millionen in die Gesundheit der Kinder. Deshalb wollen immer mehr Menschen hier leben. Und die zahlen hier ihre Steuern. So schließt sich der Kreis. Wir haben überdurchschnittlich viele erwerbstätige Menschen. Das heißt, über diesen Verteilmechanismus im Land bekommen wir natürlich mehr Einnahmen, generieren wir. Die Gewerbeansiedlungen, wir haben viele Arbeitsplätze. Also es sind so verschiedene Faktoren, die sicherlich mitspielen. Michelfeld und Sene Jocki haben vieles gemeinsam. In beiden Orten wird die Gesundheit der Kinder gefördert. Minna Koskenranter ist eine städtische Krankenschwester und zuständig für zwei Schulen in Sene Jocki. Regelmäßig macht sie Routineuntersuchungen. Dieses Mal bei einem der Mädchen aus der achten Klasse. Ganz selbstverständlich holt sie die Schülerin aus dem Unterricht. Keiner kann ihr den Zugang zu den Kindern verweigern. Die 14-jährige Helena hat keinerlei Gewichts- und Gesundheitsprobleme. Falls doch, würde Minna sofort eingreifen. Aber schonend. Ich muss sehr genau überlegen, was ich sage, weil Kinder bei Wachstums- und Gewichtsproblemen sehr empfindlich sind. Ich kann nicht direkt sagen, oh wie schrecklich, du hast ja sehr viel zugenommen. Das würde das Kind beleidigen. Das muss man vorsichtig machen. Minna gibt konkrete Ernährungstipps und kümmert sich um Sportmöglichkeiten. Vor allem verfügt sie über verlässliche Daten aus den eigenen Untersuchungen. Und weil sie in kritischen Fällen auf wichtige Dokumente zurückgreifen kann. Von allen Kindern aus Sene Jocki stehen mir alle Daten seit der Geburt zur Verfügung. Minnas Arbeit zeigt, wie konsequent sie in Sene Jocki gegen das Übergewicht vorgehen. Die Eltern akzeptieren die staatliche Mitsprache und die Preisgabe von Daten. Die Erfolge der bewegten Schule, in der jedes Fach mit Sport verknüpft wird, haben sie überzeugt. Entweder rechnest du am Platz, oder du nimmst die Legosteine, oder du läufst zu den Treppen und machst Zusatzaufgaben. Erst kürzlich hat Südkorea eine Delegation in die skandinavische Kleinstadt geschickt. Sene Jocki ist nicht nur in Finnland, sondern weltweit zum Vorbild geworden. Tausend bewegte Schulen gibt es schon in verschiedensten Ländern. Kommunen, die sich einmischen und die Gesundheit der Kinder zu ihrer Sache machen. Wo das gelingt, ist der Erfolg messbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017